Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung auf Brexit-Handelspakt. Das bestätigte Großbritanniens Premier Johnson in London. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt in Brüssel, künftig werde man gemeinsam mehr erreichen als getrennt. Größte Streitpunkte waren bis zum Schluss unter anderem die Fischereirechte. Bevor das Abkommen im Januar in Kraft treten kann, müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament noch zustimmen. Steinmeier wirbt um Zuversicht in der Corona-Pandemie. In seiner Weihnachtsansprache sagte der Bundespräsident, angesichts bald beginnender Impfungen werde das Licht am Ende des Tunnels heller. Er lobt, dass sich die allermeisten Menschen in Deutschland rücksichtsvoll und solidarisch verhielten. Zudem erinnert Steinmeier an die Opfer ebenso wie an die Helfer. Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Innerhalb eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut 32.195 Neuinfizierte gemeldet. Das sind gut 5.000 mehr als vor einer Woche. Im gleichen Zeitraum gab es 802 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Augsburger Stadtweihnacht, Corona-bedingt anders. Für Bedürftige und Obdachlose gibt es statt großer Feier im Lokal in diesem Jahr ein Festessen für wenige im Zelt. Gekocht wird dennoch für 400 Menschen. Den Großteil fahren diesmal Streetworker aus, zusammen mit liebevoll gepackten Weihnachtstütchen. Weihnachtsfeiern unter Corona-Bedingungen. So soll die traditionelle Mitternachtsmesse in Bethlehem ohne Pilger und Touristen stattfinden und stattdessen online übertragen werden. Und die Christmette im Vatikan wurde wegen der nächtlichen Ausgangssperre in Italien vorverlegt und beginnt in diesen Minuten. Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Das Wetter am Morgen ein Sonne-Wolken-Mix vereinzelt Schneeschauer oder Schneeregen. Im südöstlichen Bergland auch häufiger Schnee, im Norden freundlich. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 6 Grad. Höchstwerte minus 1 bis 6 Grad. Vielen Dank.